Ich bin in einem kleinen Dorf gefunden worden, Bambiland, weil der Gründer dieser Gemeinde Bartholomeus Bambeus hieß. Und ich hing in einem Korb gefüllt mit roten Sand, Haselnüssen und Rosenblättern in den Wipfeln einer Eiche. Meine richtigen Eltern habe ich nie kennengelernt. Wenn ich mich betrachte, muss mein Vater ein Riese gewesen sein und meine Mutter eine Zwerge oder umgekehrt, Bambiland. In meiner Erinnerung sehe ich die Wasserfälle, die je nach Tageszeit ihre Farben änderten. Smaragd blau in den Morgenstunden, zu Mittag rubinrot und abends. Wenn die Sonne unterging, schien die Welt als ein Marktplatz der Süßigkeiten. Man sagt, Bartholomeus Bambeus hat sich an den Farben totgegessen. Deswegen durften wir Kinder nie ans Wasser gehen, wenn die Sonne unterging. Mein Zuhause war ein verlassenes Schloss mit sieben Türmen. Heute würde man sagen, eine Kommune, eine Wohngemeinschaft für Menschen, Tiere. Auch Bäume und Pflanzen, die ihre Wurzeln einbrachten, ihre Früchte und Blätter hinterließen, an den Wänden hochkletterten und Spuren der Unendlichkeit legten. Wir konnten in den Blüten der Gladiolen und Rosen baden, von den Zweigen der Birken in unsere Betten springen und vor den Türmen auf einem Seil zum Mond tanzen. Wenn ich nun Bücher lese und Geschichten höre, kann ich aus ganzem Herzen sagen, dass ich eine wahrlich tolle Kindheit hatte. Wie sind Sie, die verruckszene und hiervachten an? Das ist nicht ebenso, hiervachten.